Genieße die Kraft des Morgens und richte dich ganz bewusst, ganz positiv auf einen neuen Tag ein. Wenn du noch im Bett liegst, dann bleibe einfach liegen. Solltest du schon aufgestanden sein, dann setz dich jetzt gerne irgendwo in Ruhe hin. Du kannst diese Affirmation entweder mit offenen Augen anhören oder jetzt deine Augen schließen. Atme ganz tief in den Bauch ein und lang wieder aus, um im jetzigen Moment anzukommen. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen und lang wieder ausatmen. Und lass deinen Atem nun ganz normal fließen. Sollten im folgenden Gedanken kommen, dann lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Halte nicht an ihnen fest. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Worte. Heute sehe ich das Gute in mir und in allen Menschen, denen ich begegne. Ich nehme mir Zeit für mich und meine Bedürfnisse. Heute begegne ich Dingen, die ich nicht ändern kann, gelassen und geduldig. Heute fokussiere ich mich auf meine positiven Gedanken. Ich liebe mich und nehme mich so an, wie ich bin. Den heutigen Tag werde ich mit Ruhe und Gelassenheit erleben. Ich bin stolz auf mich, auf alles, was ich schon geschafft habe und auf das, was ich noch schaffen werde. Ich bin offen für das, was der Tag mir bringen wird. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Ich habe es in der Hand, den heutigen Tag in einen schönen Tag zu verwandeln. Heute sehe ich das Gute in mir und in allen Menschen, denen ich begegne. Heute begegne ich Dingen, die ich nicht ändern kann, gelassen und geduldig. Ich nehme mich genauso an, wie ich bin, denn so wie ich bin, so soll ich sein. Ich begegne mir selbst und anderen mit Respekt, Einfühlungsvermögen und einem offenen Herzen. Heute fokussiere ich mich auf meine positiven Gedanken. Ich liebe mich und nehme mich so an, wie ich bin. Den heutigen Tag werde ich mit Ruhe und Gelassenheit erleben. Ich bin stolz auf mich, auf alles, was ich schon geschafft habe und auf das, was ich noch schaffen werde. Ich bin offen für das, was der Tag mir bringen wird. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Ich habe es in der Hand, den heutigen Tag in einen schönen Tag zu verwandeln. Heute sehe ich das Gute in mir und in allen Menschen, denen ich begegne. Ich nehme mir Zeit für mich und meine Bedürfnisse. Heute begegne ich Dingen, die ich nicht ändern kann, gelassen und geduldig. Ich nehme mich genau so an, wie ich bin. Denn so wie ich bin, so soll ich sein. Ich begegne mir selbst und anderen mit Respekt, Einfühlungsvermögen und einem offenen Herzen. Heute fokussiere ich mich auf meine positiven Gedanken. Ich liebe mich und nehme mich so an, wie ich bin. Den heutigen Tag werde ich mit Ruhe und Gelassenheit erleben. Ich bin wertvoll. Ich bin stolz auf mich, auf alles, was ich schon geschafft habe und auf das, was ich noch schaffen werde. Ich bin offen für das, was der Tag mir bringen wird. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Ich habe es in der Hand, den heutigen Tag in einen schönen Tag zu verwandeln. Lass diese Worte noch für ein paar Atemzüge wirken. Bleibe einfach bei deinem Atem. Konzentriere dich aufs Ein- und Ausatmen. Ein- und Ausatmen. Ruhe, Gelassenheit. Ruhe, Gelassenheit. Und dann starte motiviert und dankbar in diesen neuen Tag, indem du noch einmal tief in den Bauch einatmest, frische, neue Energie aufnimmst und beim Ausatmen einfach die Augen wieder öffnest. Flues, Gelassenheit, Danke! Untertitelung des ZDF, 2020